Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch Elie, ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video im YouTube. Why don't you see, do what, trying to call you telly, yeah, yeah, yeah. Montana Black Marcel Ehres hat mir vor 5 Minuten abgesagt. Nice, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist nice, das ist nice, das ist nice, weil das ist auch immer so gut, dass ich dann so schnell wieder umplanen kann. I can ice im Discord. I can ice. Ich bin heute mit. Das ist der beste Among Us Spieler meiner Meinung nach hier im Discord. Du bist der Schlechteste. Du bist der Schlechteste. Aber was wird das? Elie, ich bin selbst eigentlich besser als du. Ich sage, ich bin der Drittbeste. I can ice. Also warte, ich komme vor dir. Nein, du bist scheiße. Ich kann ehrlich nur bis 10.15 Uhr. Du meinst zu mir bis 11 Uhr. I can ice, worum geht's? Ja, ich gucke eine Serie. Und die Serie geht um 22.15 Uhr weiter? Nein, aber ich gucke nicht alle. Also ich gucke zusammen mit, äh, ja. Denner, man. Mit einer Dame. Nein, die gucken im Discord, wir telefonieren. Ach, das kann man nicht verschieben. Äh, na, nein. Auch süß. Willi ist, Willi ist anscheinend auch nicht dabei, Chats. Er hat mir Bauchschmerzen geschrieben und da habe ich ihn aber auch gesagt, bodenlos. Ein Max übrigens. Hey, moin. Hey, der lauscht ja rum. Ja, ich glaube, voll gut, euch zu lauschen. Ich werde eh im Poster. Super. Ja, ohne zu machen. Ich war vorhin im Bahn-Chat. Ich hatte einen super Bart gehabt, sage ich euch ehrlich. Hatte, ähm, Over the Rainbow an. Völlig entspannt gewesen. Ich hatte richtig viel Schaum. Hatte gar keinen Stress. Und ich bin so entspannt. Ich bin so tief entspannt hier heute. Also ehrlich jetzt, heute rege ich mich safe nicht auf. Also ich weiß, das sage ich oft. Aber heute ist der Tag, wo ich mich wirklich nicht aufrege, weil ich mir sage, oh, guck mal, wie ruhig ich bin, Chats. Guck mal, guck mal, guck mal, wie abgeblattet mein Zeigefinger gesehen. Willi hat mir abgesagt wegen einem Mädchen. Das rechne ich ihn hoch an, sage ich euch ehrlich, weil er kann sowas immer machen. Aber nicht am Donnerstag, wo wir als Gemeinschaft immer im Arsch spielen. Dann muss er dieser scheiß Lampe sagen, dass sie sich mal von jemand anderes durchrattern lassen soll. Ihre Eltern sind eh nicht stolz auf sie. Was ist denn das? Die soll lieber einfach mal ihre Ausbildung machen oder ins Studium mal irgendwas reißen gehen und nicht bei irgendeinem notgeilen Fußballer irgendeine scheiße veranstalten. Clip das und schickt es ihr eventuell, wenn jemand weiß, was es ist. Du, okay. Gleiches Storage. Ich will lieber Shields und Storage Electrical rein und lights fixen und die Kenner steht neben mir. Ein Report-Button war da. Nein, das ist Omit. Ich kann nicht genau sagen, was ich war bei Shields. Omit ist mir vorhin schon nachgelaufen. Ich war aber in diesem Kamerabereich bei O2 Navigation, deswegen konnte er mich nicht töten. Ich bin dann runtergelaufen, war dann bei Shields. Ich bin in Storage reingelaufen, dann kam der Report-Button und Omit ist über der Leiche gelaufen. Er wollte weglaufen, hat mich dann gesehen und hat dann reportet. Sind die Bache übernach kurz? Erst gerade. Was ist denn mit Karma eigentlich, Digga? Wie geht's dir eigentlich? Ich hab mich wegschlafen gemacht. Ich rede gar nicht. Das fängt schon wieder so an, ne? Ich muss schon wieder das Zepter in die Hand nehmen, sonst läuft dir gar nichts. Omit, Ikenna, Mo. Einer von denen ist es safe. Und das habe ich im Hinterkopf. Ich bin jetzt hier in den Camps. Guck's dir an. Ikenna rennt. Ikenna rennt Omit hinterher. Einer von den beiden. Wenn der jetzt tot ist, dann habe ich da was auf dem Schirm. Kora rennt in Security. Kora ist bei mir. Omit kommt rausgelaufen. Eidos kommt rausgelaufen. Ikenna kommt rausgelaufen. Sydney ist da bei Cafeteria. Ich bin wie ein Polizist, der mit seinem Donut da die ganze Zeit am Nachtschalter dran sitzt. Ich hab den Donut in der Hand. Ich guck's mir hier an. Eidos. Okay. Oh, grün. Warte mal. Wer ist grün? Ich hab ihn noch frischer Tat ertappt. Er hat keine Haare auf dem Kopf und ist blau. Ja, okay. Dann ist es aber auch Omit, weil Ikenna ist dann der... Also, dann ist Ikenna es nicht. Dann muss es ja Omit sein. Weil Ikenna Mo gesasst hat. Und Ikenna oder Mo richtig sein muss. Ja, genau. Entweder Omit hat einen Werfen-Folk gemacht oder hat die Leiche gerade auch erst gefunden. Stimmt, stimmt. Guter Qual, Ikenna. Ich würd Ikenna noch nicht ganz safen. Zu sicher. Okay, ich war in der Donut-Chat. Genau das meine ich. Das war... Habt ihr gesehen? Da hat niemand sich bewegt. Eidos ist es safe nicht. Ikenna wird es safe auch nicht sein. Omit ist es wahrscheinlich. Ich hab nur Omit im Kopf. Ikenna ist weg. Kure ist da. Omit... Ja, ja. Okay. Das ist es nämlich. Okay. Und das ist es nämlich. Ich hab's in den Camps gesehen. Es ist völlig okay. Omit, er hat schon wieder den Abo-Button. Also, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist mal wieder Omit. Ich hab's live in den Camps gesehen. Was denn, was denn, was denn, was denn, was denn nur? Mann, heiz Maul, ich hab dich in den Camps gesehen. Du hast ihn gekillt auf frischer Tat. Ich war der Polizist mit dem Donut in der Hand. Mach's weg. Ich finde, es ist wieder ein Fächert, dass du es bist, ne? Ja, es ist so bodenlos, Digga. Es ist Eli, warte mal. Die Camps waren nicht mal an. Eli war bei den Camps. Ich hab ihn da gesehen. Also, es ist, es ist, es ist okay. Aber sag mir mal bitte, was du machst, damit du immer Imposter bist. Das ist doch krass, Digga. Und das ist es nämlich, Chat. Und seh ich da mal einen GG? Warum wird so mal ins Video rein? Ey, das haben wir beide gut gemacht. Sag ich dir ehrlich. Eli, häng dir Wäsche bitte noch auf. Ja, 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 ja. Guck mal, anstatt du hier reinkommst und supportest und sagst, ey, ich wünsch dir, du bist jetzt Imposter. Und ich wünsch dir viel Spaß beim Stream. Da kommst du hier rein und da schreibst du einfach nur noch, bitte häng die Wäsche auf. Das möchte ich nicht hören. Vielleicht mal ein bisschen Supporter lassen. Mal ein Gift-Sub dalassen. Mal ein Gift-Sub dalassen. E-Mode-Only wieder. Ja, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, Jungs. Ich bin safe die Person, die am wenigsten Imposter ist. Aber ihr merkt, immer wenn ich nicht sterbe, dann gewinnt das Team. Karma rennt nach unten. Okay. Boah, vor dem Dings. Oh nein. Das sind dann beide Kills. Und beide sind gewendet. Entweder Madbay bei Cam oder im Band. Weil irgendjemand jetzt gerade Madbay einfach so Aufgaben machen? Das klingt jetzt ziemlich hasst. Ich bin in Madbay reingelaufen. Also Lights waren aus, aber mir kam Kalle entgegen. Was hast du denn in Madbay gemacht, Kalle? Ich hab mich umgeguckt. Also, ich hab auch... Also... Im Band oder im Madbay? Ey, warte, das ist gerade echt schlecht von mir. Ich bin es zu 100% nicht. Was hast du denn gemacht in der Leine? Nimm mich an die Leine. Ich schwöre, nimm mich an die Leine. Ich mach nichts. Ich bin's nicht. Kalle, er fragt dich, was du gemacht hast. Du sagst, du hast dich umgeguckt. Hä? Macht man doch. Aber ich hab Kalle im Auge. Ich hab auch... Ich skip. Nimm mich an die Leine. Ja, es ist gut, dass du Zeugen hast. Das ist ein Doppelwort. Ich bin die ganze Runde Security gewesen. Okay, Chat. Ich nehm jetzt hier das Zepter in die Hand. Ich bin der Sheriff. Ich guck's mir hier an. Ich steh mich wieder ran. Karma ist bei mir. Kalle, ich hab Kalle in der Lunte. Trimax. Trimax geht jetzt. Okay, Koray, Elders, Koray, Security. Sydney kommt da rausgerannt. Wir gucken... Ich guck mal. Ich geh mal an die weite Welt. Ich geh mal an die weite Welt, Chat. Kalle wird mich wegmachen. Ne. Karma. Okay. Die Bomb Vent in Electric, ja. Was ist? Ach du Scheiße. Scheiße. Greitot. Wir müssen jemanden rauswählen. Kalle ist immer noch drin. Kann jemanden safen? Ey, nein. Warte mal. Trimax, warte, bevor du jetzt hier loslegst. Ähm, ich hab, glaub ich, den Schacht bei Matt Bay gesehen. Und dann hab ich in die Kamera gezogen und Trimax ist bei Matt Bay in die Cafeteria rechtgegangen. Okay, warte, ich bin... Ich nehm das Zepter jetzt in die Hand als Crewman. Wer hat das gerade gesagt? Kalle. Kalle, der vorhin gewendet ist von Electrical zu Matt Bay. Sagt jetzt, ich bin gewendet von Electrical zu Matt Bay. Wir verschwenden grad Zeit. Ich will. Wer fängt an? Wir müssen einboten. Ich war die... Also ich bin's wirklich nicht. Ich war die ganze Zeit Security. Ich weiß nicht, ob es Kalle ist. Kalle war eigentlich die ganze Zeit. Wir waren die ganze Zeit. Ja, also Kalle ist es... Deswegen wollte ich fragen. Eli, Eli, was hast du gemacht? Du hast ja eigentlich gefühlt die halbe Runde in... Security. Ja. Also Kalle ist mir auf jeden Fall, als ich losgelaufen bin, ist mir Kalle entgegengelaufen. Vom Cafeteria. Oder Matt Bay. Ja, über Matt Bay. Ja. Ey, ich hab mich verarschen. Eli hat nix. Kalle und Kalle sind die ganze Zeit zu zweit rumgelaufen. Drei Leute tot, das heißt, es muss ein Doublekill gewesen sein. Boom. Ich würde Koray oder Trimax. Ich nehm Kalle. Ich nehm Kalle. Ich nehm Kalle. Kalle, wie vorhin. Ja, voll scheibig. Ich bin scheibig. Mann. Eili. Eili. Schlecht. Markoway hat... Ich konnte da nichts machen, Chef. Irgendwann gehe ich auch in Fullmute. Samson. Es war so gut. Ich wusste schon, wir haben uns gerade jetzt. Ey, der Doublekill war insane. Aber ich sag euch ehrlich, Kalle, du kannst dich auch scheiße verteidigen. Man muss auch sagen, war gut gespielt. Das erkenne ich an. Ich war die ganze Runde nur in den Lens. Ich bin rausgekommen. Eili, du chillst bitte nie wieder in den Camps. Ich hab da nichts gesehen. Aufgaben machen, mach irgendwas. Ich hab da viele Sachen gesehen in letzter Runde. Mann. Das ist doch scheiße, Chad. Das ist doch scheiße. Ich bin nie, 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 nie bin ich Imposter. Ich stell mich da dran. Ich mach meine Tasks. Das ist ja kein Zufall, Digga. Ich war in den letzten 25 Runden, war ich glaube ich zweimal Imposter. Krypto und Zivik, danke für die Tasks und danke für die 52.000. So, mir ist ich ab nichts gesehen schon wieder. Wo liegt die Leiche? So, ich, ähm, Storage. Ich bin dann so rechts runtergerannt, Richtung Storage. Und entgegen kommt mir Koray. Ich renne weiter, hab was Gutes im Gefühl. Und ich sehe Melde-Button. Das heißt, ich denke, Koray hat den frisch gekillt. Ich war da und ich hab keinen Report-Button gesehen. Das heißt, er muss frisch sein. Oder ich sag dir, ich bin mir entgegengekommen. Ich war grad sagen, ich gebe zu. Ich kam dir grad entgegen. Es sieht wirklich ein bisschen links aus. Aber da war kein Melde-Button. Wo war die Leiche? Okay, ich war nicht da. Storage, sorry. Ja, ich war in der ersten Runde doch kein Kill in Storage. Und da kennst du mich besser. Aber du bist sehr aggressiv. Das gröntest du dir die Leiche. Ja, komm mal runter, Koray, ehrlich. Komm mal runter, du brauchst hier niemanden beleidigen oder so. Ja, dann skippt und dann haben wir uns immer auch. Du musst hier niemanden beleidigen, Koray. Übertreib doch nicht. Wir bleiben weiter dran, Chat. Edi Geller, ungelogen. Ich werd hier grad von jedem Spiel verarscht. Ich bin der Sheriff. Zack, 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 zack. Trimax Eidos rechts. Der Mann ist da links irgendwo. Trimax Eidos rechts. Trimax Eidos rechts. Wenn Karma jetzt tot ist, ist es Koray. Wenn Karma jetzt tot ist, ist es Koray. Feins Karma tot ist, ist es Koray. Relativ simple Rechnung jetzt. Wenn da eine Leiche liegt und das jetzt klippen. Klippen. Klippen, Chat. Wenn Koray tot ist, ist es Karma. Hier, ich bin hier. Ich bin hier. Ihr könnt mich nicht töten. Die Camps sind an. Ich bin so ein schlauer Crewmate, Chat. Der Gedankengang war gut. Ich bin hier oben. Mir passiert nichts, Chat. Wollen wir alles runter hier? Mir passiert rein gar nichts. Ein absoluter W***er. Ein absoluter W***er. Was soll ich da? Kann ich nichts machen? Ich hab schon wieder Lust. Was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Zwischen Witz und Wend? Was für ein Wend? Ich hab da kein Wend gesehen. Vor mir niemals. Dann clipp mir das. Ich hab nichts gesehen mit dem Wend. Ach, Digga. Selbst wenn Kalle und Koray gewinnen. Die Jungs, die verdienen so viel Geld. Mit Sydney's Kanal. Mit meinem Kanal. Und dann machen sie nicht mal hier mit. Ist mir doch egal. Dann gewinnst du einen Glückwunsch. Sag es deiner Freundin. Ach, ihr habt ja nicht meine Freundin, Koray und Kalle. Weil ihr scheiß Knechte seid. Deswegen hab ich keinen Freund. Deswegen gönnt es auch niemanden. Na 10 in den Dumpköpfe. Gewinnt doch die Runde. Ist mir doch scheißegal. Hier gibt es einen Club? Oh, warte. Aber das muss nicht heißen. Wir waren neben dir. Oh, ja. Hier. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Okay, Chat kann mal passieren, ehrlich. Achso, Scheiße. Ich hab Kalle, ich hab Kalle. Ja, ja. Wer drückt Mutting Point bei so vielen Punkten? Kannst du mir das mal erzählen? Ja. War zu schwer. Menschlich enttäuscht, Koray. Bei mir ist die Hand oben. Ich gib's zu. Hab's dann im wahr noch mal gesehen. Eli, deine Hand ist oben? Was? Ich hab's dann im wahr noch mal gesehen. Sah ingame anders aus. Allerdings, ich bin raus, gell. Mann, ich kenne er. Wirklich. Wenn Ormed jetzt wieder ist, lade ich ihn nie wieder ein. Wir spielen das seit drei oder vier Wochen. Und ich würde schätzen, wir haben so 30 Runden gespielt. Und ich meine das ernst. Er war safe 13, 14 Mal. Ich würd sogar mehr sagen. Er war heute vier Mal, Digga. Und er ist das immer. Niemals. Niemals werde ich dich nächste Woche einladen, wenn du jetzt bist. Also mach deine Hacks aus. Ja, stell dir in die Lobby immer, weil der ist es dann immer. Sydney. Das ist, glaub ich, ein Negativ-Bug. Sydney ist seit... Sydney und ich sind safe die, die am wenigsten die ganze Zeit sind. Ich färts eh wieder. Aber wenn er jetzt wieder ist, dann... Aber er schreibt grad so P-O-P. Er hat grad diesen Bildschirm mit diesen grünen Zahlen. Mann, Digga, es ist so schlimm, ne? Ich schwöre, das kannst du niemandem erzählen. Oh, mir ist das mit Elders gelaufen. Wenn Elders tot ist, dann war's das. Wo ist Elders? Ich guck Elders an. Ich glaub, jetzt ist Elders. Ich glaub, Elders ist tot. Elders kommt nicht raus. Oh, der macht eine Task. Aber was dauert da so lange? Wenn Elders tot ist, dann... Wenn Elders tot ist, dann... Da wendet jemand. Nee. Nee, warte mal. Marlon. Da ist blau drin. Blau. Ja, okay. Er wird nicht mehr eingeladen. Er stellt das safe irgendwas ein. Ich mein, das ist wirklich ernst. Ich hab ihn gefragt. Er soll auf alle schwören. Er hat das nicht richtig ausgesprochen. Mann, ich google das jetzt. So wirst du in jeder Runde einen Poster in Monk hast. Ultimativer Trick. Jo, Freunde. Was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde. Aber dann ruf mich an. Letzte Runde. Äh, letzte Mal. Ich sag dir ehrlich, letzte Mal. Sag doch mal bitte, was ich machen soll. Letzte Mal, ich sag dir ehrlich. Es ist das letzte Mal. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Es ist das letzte Mal. Ich sag dir ehrlich, es ist kein Zufall. Du machst da irgendwas. Das ist doch kein Zufall, Digga. Du warst heute vier Mal aus sieben Runden. Und du warst in den letzten 31 Runden 16 Mal. Du stellst irgendwas ein. Schwör auf deine Mutter. Du stellst nichts ein. Jungs, ich wollte euch denn einstellen, Bruder. Schwör auf deine Mutter. Ich schaue auf meine Mutter. Dass du was, dass du nichts machst, um irgendwas zu machen. Ich stelle mich ein. Was soll ich denn einstellen, dass ich bei Among Us... Wie hopplos wäre ich, dass ich bei Among Us irgendwas einstelle, um öfter im Poster zu werfen? Du schickst Willi Profile von irgendwelchen Weibern, damit er das durchschlägt. Du bist hobbylos. Das bin ich, das ist mein Bruder. Es ist das gleiche Blut, dann bist du auch hobbylos. Irgendwas ist hier komisch. Stell dir mal den Namen auf. Stell dir was ein. Stell dir was ein. Ich hab den Hut. Hey Leute, ich bin raus. Eine Runde noch, Trymax. Eine Runde noch. Ich hab jetzt Augenbrauen. Ich hab den Hut gemacht. Ich hab alles gemacht, was ihr gesagt habt. Wenn ich jetzt gerne im Poster bin... Oh, niemand schreibt was rein. Wer ist mein Mate? Karma. Eins, zwei, drei, Fokus. Eins, zwei, drei, Fokus. Der Hut ist es. Niemand schreibt was rein. Ähm... Sperren wir hier ein bisschen was ein. Na, das ist verquatscht. Nein. Scheiße. Stark, Sid. Stark, Sid. Richtig gut, Digga. Ähm... Cafeteria, unten. Ich glaub, Eli war mit Sidney. Nein, ich war am Anfang und dann war ich Reactor. Ich bin da nicht. Ich hab jetzt grad die ganze Zeit bekommen, Matt. Ich bin nicht da hinten. Äh, du bist nicht Reactor. Ich bin Storage. Ich bin Storage. Ich bin Storage. Wie, wie, jetzt Eli? Hallo, hallo. Ich bin Storage. Ich bin Storage. Nein, ich bin Storage. Ich bin Storage. Ich bin Storage. Digga, das fuckt mich so. Ich bin nicht Storage. Lass beiseite, ich bin wirklich Quatsch, Karl. Nein, ich bin forst, Storage und Shields. Bitte fuckt mich nicht ab. Wo war's denn cool? Keine Ahnung, ich war aber nicht mit ihm. Lauft mit mir, ich war rechts, Shields. Das war knapp. Das war knapp. Und Sidney guckt geradezu. Das ist so geil. Ich bin ein hungriger Löwe. Ihr könnt nicht sagen, bevor mir ein Antilob besteht, Alter. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist? Ich bin so ehrlich, aber ich verstehe nicht, wieso kommt der raus. Ihr habt das gesagt, ich hab da auch mitgemacht. Was ist? Was ist? Alle wurden gekickt. Alle wurden gekickt. Eli, warst du's? Eli, ist so traurig. Das war das Reheil. Eli, warst du Imposter. Der ist so gebraucht. Er hat sich nicht gequält, aber auch fast. Ich möchte es von Eli einmal hören. Ich hasse euch alle so krass, ne? Yes, baby. Du wart 73 Games, nicht Imposter. Dann bist du Imposter und das Gamecrash. Hä, aber warum sagen direkt Mo und Koray, dass ich es bin? Kurz mal in die Viewingliste. Kurz mal in die Viewingliste rein. Also, das kommt mir hier schon spanisch vor. Also, ich bin einfach nur für den Spice, weil du einfach 70 Runden nicht Imposter warst. Und dann ist Servercrash. Eli, du hast am Anfang Sydney gekriegt, ne? Ja. Wer ist der andere? Wer ist der andere? Karma. Also, das war heute ein Rabenschwarzer im Mommastag. Das war heute ein Rabenschwarzer im Mommastag. Das sage ich auch so offen und ehrlich. Das war heute ein Rabenschwarzer.